Genau, hier. Awesome Shop. Ich habe jetzt vier Coupons. Was kann ich damit kaufen? Warum ändert ihr nicht eure Gebäudefarbe auf Dauer? Äh, kommt noch, kommt noch. Ja, was lohnt sich denn hier? Metall-Säulen-Set. Große Bet... Ah, ne, hier. Große Metall-Säule, große Säulen-Stütze, kleine Metall-Säule, kleine Säulen-Stütze. Fixe Dach... Betonsäulen... Straßensperre. Ja, für die LKWs nachher, ne? Ach, krass. Wände... Ah, hier gibt's Wände für Förderbänder. Da sind so Löcher in den Wänden drin. Das ist geil. Oh, Entschuldigung. Wände mit Türen. Wenn ihr neue Rohstoffe zum Beispiel Quarz holt, bekommt ihr dann Glasboden. Okay, das ist cool. Förderlift-Fundament-Durchführung. Förderband-Wandhalterung. Hyper-Tübe-Fundament-Durchführung. Hyper-Tübe-Wandbefestigungen. Pipeline-Wandbefestigungen. Wand-Strom-Verteiler. Boah, das ist cool. Das brauchen wir für, äh... ...für unsere Fabrik. Ha? Diese Strommasten. Gibt's auch so Verteiler für die Wand. Also so... Oh, ja. Ja, ja, ja. Hier gibt's noch andere Fundamente. Hier gibt's Eckrampen, Eckrampen-Pakete, Quarter-Pipe. Alles Mögliche. Fix-It-Fabrikwagen. Den brauchen wir. Fabrikwagen. Das ist einfach so ein kleiner... Ja, wie so ein Hubwagen sieht der aus. Hast du schon? Nein! Ich hab fast die 2000. Ich hasse alles. Organisation. Medizin-Box. Persönliche Aufbewahrungs-Box. Gin. Gefahren-Gut-Box. Persönliche Aufbewahrungs-Gut. Gin. Customizer. Schreddert mal einen Coupon. Man kann die Coupons wieder schreddern. Schreddert mal einen Coupon, Alter. Kriegt man dann mehr raus als vorher oder weniger? Lohnt sich das? Der Troll ist nur hundertprozentig. Dann bekommen wir ein Auto. Ein Auto. Ach, man kann hier Materialien kaufen. Für vier solche Coupons können wir einfach 50 modulare Rahmen kaufen. Dann muss man nicht die ganze Zeit hier rumcraften, wenn man es noch nicht automatisiert hat. Ach krass. Ein Tesla. Also ich habe jetzt einen so einen scheiß Coupon, als ob ich den jetzt schredder. Ich habe vier. Ich schredder jetzt einen. Okay. Einfach, weil ich es jetzt wissen muss. Achso, okay. So. Eins abteilen. Einen Coupon. Oh mein Gott. Ja gut, aber bis der jetzt hier durchrutscht. Ah, da ist er! Ja. Ich habe ihn ans Ende gepackt. Oh mein Gott. Es ist... Alter, ne. Es ist wirklich kein Job. So, wo ist es jetzt hier? Fixed Sonderangebote. Ja, hier ist jetzt ein Cyberwagen. So ein Tesla-Ding. Lol. Sieht so aus. Ja, tatsächlich. Krass. Ja gut, aber für weitere 20. Viel Spaß mit einem Auto, das viereckige Räder hat. Echt jetzt? Oh ne, das habe ich gar nicht gesehen. Alter, was ist das denn für ein Rotz? Ja, aber das kostet 20 Coupons. Boah, aber die Sachen sind halt schon teuer, ne? Ja, es kommt drauf an. Also so Architektur, so Treppen oder so. Die mal freizuschalten ist auf jeden Fall nicht das Problem. Es lohnt sich, glaube ich. Achso. Also für zwei Coupons die Treppen. Achso, warte. Achso, warte. Also man schaltet die frei damit. Glaube ich auch, ja. Ja, oder? Achso. Schaltet man die damit frei oder bekommt man die damit? Ja, ich dachte nämlich man bekommt jetzt für zwei, aber das wäre schon krass. Das wäre schon übertrieben teuer, wenn du für zwei Coupons eine so eine Treppe kriegst und dann musst du für jede Treppe zwei Coupons. Das wäre schon heftig. Ne, warte mal. Für zwei Coupons würdest du ja eine Treppe links, eine Treppe rechts bekommen. Ach, beinhaltet? Okay, okay, okay. Beinhaltet Treppe links, Treppe rechts. Ja, das heißt für zwei Coupons würdest du zwei so Treppen bekommen. Das fände ich schon ein bisschen heftig. Wenn ihr dort was kauft, könnt ihr die Treppe unendlich oft bauen. Aha, okay. Achso. Ja, das ist geil. Okay, ja. Also wir kriegen quasi die Baupläne dafür. Mit allem. Mit allem. Auf jeden Fall. Okay. Schreibt er. Okay, das ist cool. Äh, schreibt sie. Sorry, sorry. Don't judge me. Ähm. Did you just assume I... Okay. Metallsäulenset. Soll ich das einfach mal kaufen, dass man da die, äh, Plattform unten abstützen kann? Metallsäulenset. Ja, sieht auf jeden Fall geil aus. Aber kannst du das dann nur machen, oder kann ich das dann auch machen? Weiß nicht. Hab's jetzt gekauft. Aha. So, und jetzt? Guck in den Spiegel, dann wissen sie mein Gesicht. Mann. Ähm. Ähm. Ich hab jetzt hier kein... Ne, ich hab immer noch drei Coupons im Ding. Hast du's nicht richtig gekauft? Ich hab auf... Achso, hab ich das jetzt im Warenkorb, oder wie? Oh mein Gott, es gibt einen Warenkorb. Ein Warenkorb, Alter! Ja. Das gibt's doch nicht. Alles kaufen. So, jetzt hab ich's gekauft. Aha. Und jetzt? Oh, und ich hab's auch. Geil. Wie cool. Wo? Wo? Wie? Was? Wann? Ja, im Baumenü. Ganz unten Architektur. Aha. Aha. Ah, und man schaltet quasi die Baupläne frei. Boah, das ist cool. Das ist cool, ja. Und es ist super geil, dass wir hier Leute haben, die uns das auch gezeigt haben. Also vielen, vielen Dank dafür. Das ist super cool. So, ich würd sagen, äh, jetzt haben wir aber langsam genug überzogen. Äh, Potti, guck mal, guck mal ganz kurz in die Ding rein. In die, hier. In den Productive Packer. Ja, dein Highscore, ne? Hehehe. Nichts zu bedanken. Ey. Hehehe. Hehehe. Habe ich mal kurz gemacht. So. Ich würd sagen, wir packen jetzt hier noch die 50 Damen rein. Und schicken das Ding jetzt hoch, ja? Ja. Bist du bereit? Warte, warte, warte. Nee, warte immer noch. Warte, warte, warte. War eine schwere Überzeugung, euch dazu zu bringen. Ja, hat eine Weile gedauert. Ja, das dauert immer eine Weile. Wir sind da immer ein bisschen. Ja. Okay, jetzt. So, T-5. Vier. Drei. Drück einfach den scheiß Knopf. Hehehe. 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 Hast du vergessen den Warmkorb abzuschicken? Hehehe. Hehehe. Also bei mir passiert nichts. Achso, ich... Ich muss das nochmal machen, warte. Hehehe. Hehehehe. Hehehe. 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 Ja, es bewegt sich was. Das Ding ist überlastet. Hehehe. 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 Stromausfall. Scheiße. Boah, Alter. Phase 2 abschließend. Wenn ich oben rechts sehe, was wir für Phase 2 brauchen, würde mir schon schlecht sein. Ja, ich krieg's kotzen, Alter. Genau. Das Problem ist, eigentlich brauche ich jetzt diese ganzen Sachen, zum Beispiel diese Förder, diese Wände mit den Löchern. Weißt du, wie ich mein? Die Teile gehen noch. Jetzt habe ich noch mehr Angst. Hier, wenn die Förder... Ja, das bräuchte ich auf jeden Fall. Ja, das schalten wir dann beim nächsten Mal frei. Der Schredder läuft ja auch noch. Wir können ja hier noch Coupons drucken. Hier kommen jetzt wieder drei Stück raus. Also ich brauche fünf. Ihr Coupons. Ich brauche... Ja, ich habe noch einen. Gib die mal her. Phase 3 ist schlimmer und Phase 4 sowieso. Ja, danke dafür. Uff, Alter. Die darf man nicht verlieren. Hey, die sind ja witzig. Mhm. So, pass auf. Ich brauche auf jeden Fall das hier. Warnkorb. Alles kaufen. Ah, die Wandhalterung wäre auch geil. Also die brauche ich jetzt noch nicht. Bei Phase 4 braucht man bei zwei Teilen um die 4000 Teile. Boah. Oh je. Ja gut, aber wenn das erstmal... Ja gut, bis dahin ist es dann automatisiert. Ja, wenn das hier mal automatisiert ist, dann geht das voll. Oh ja, geil. Jetzt kann ich hier... Warte, das muss ich jetzt direkt dahin. Oh ja, geil. Ah, nice. Das musste jetzt direkt sein. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir es nicht noch weiter raus. Wir wollten es mit dem Knall beenden. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, auf jeden Fall. Donnerstag um 18.30 Uhr geht es weiter. Wir wissen noch nicht, was wir da machen. Überlegen wir uns noch. Ja, wir schauen einfach mal. Genau. Das heißt, die Produktionsdauer auf Normal betreibt 60 Stunden. Okay. Ja, tun wir aber nicht. Wir übertakten das ja. Übertakten, übertakten. Ja, bis aufs Maximale. Bis aufs Maximale. Wir reizen das komplett aus. Außerdem bauen wir dann fünf Anlagen nur für einen Teil. Ja, easy, easy. Ach so, das ist schon übertaktet auf 60 Stunden. Ach so. Ja gut, was erwarten wir eigentlich? Was erwarten wir bei den Vollpros, die hier sitzen? Okay. Naja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, auch von mir. Und nochmal danke an den Chat für die Hilfe. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Für allen einen schönen Abend, schöne Woche und... Gute Nacht, schöne Woche. Vielen Dank und gute Nacht. Naja, nee, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Stream. Man sieht sich. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.